so mein lieben freunde und es geht weiter mit der nächsten folge von art of conquest wir gehen zur stadt ich nach machen hier natürlich weiter haben das letzte mal die lehre wieder erfolgreich abgeschlossen du bist bis stage 19 wir kommen immer stück für stück weiter weil wir einfach die perfekten stages über skippen können und somit die energie für den nächsten kampf aufhalten behalten können so dann schauen wir mal was wir schönes angehen haben was mich in ruhe ich habe dort wieder heraus von dieser das dachte ich mir dass das nix wird das ist schon mal nicht schlecht was hier gemacht wurde oder was ich damals mal gemacht habe wenn allerdings noch einmal ein schwertkämpfer pack dazunehmen nein ich hätte noch nicht kämpfen sollen ich habe ja noch eine truppe hätte ja noch halbhaben können da drücken vorher bär bär bärbär werden einen truppen mitnehmen können es werden truc��oe gest aunque nicht gewinnen wie sie alle warten ja ich was verloren hätte man das hätte ich gesagt er hätte man verhindern können wenn man den eindruck noch mitgenommen hätte ich habe aber 70.000 kraft wahrscheinlich die leute wo mich jetzt auch nicht mehr angreifen weil zu angst hier noch einige elfenbogen schützen rekrutieren gut er wird 2 das ist jetzt nicht wirklich toll lohnt sich nicht wirklich finde ich die priesterin hier können wir ihn mal austauschen gegen rufio der hat hier nicht wirklich was zu sagen bei den paar einheiten hier die hier sind also sein skit und drückende feuer lohnt sich halt nicht wirklich so eine ecke gequetscht ist doch nicht so cool muss ich gestehen das war am anfang cooler gewesen das zieht sich so hin irgendwie finde ich ansonsten ist es natürlich immer aufteilen ist auch doof wenn ich die mana video nach hause schicken interessant gott 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 müsste nicht mehr dazu gehören oder das müsste genauso neu ist da waren wir schon gewesen die haben wir noch mechas 1891 schaden war kraft also ich weiß ich das nicht ob ich die mitnehmen sollen ob das wenn ich mich hier unten so hinstelle ob das so sinnvoll ist so viel was erzählt die gegner und die machen natürlich auch bei meinen schwert kämpfern sehr viel der mitsch ich glaube sie auch ziemlich stark angeknackt ich könnte ich immer heilen nach egal ob ich sie jetzt verliere und heile und macht keinen unterschied was wir auch dumm zu geizen mit dem mit dem mit dem mana das lädt sich ja sowieso wieder auf ich sollte da nicht geizen ich sollte sie benutzen die mana und die das gilt nicht dass die einheiten verliere vier gestorben zählen heilung und dann hat gold bezahlen muss man mich zu geizig war mit dem mana ups ja mit dem mana noch ein paar reiter na das ist doch easy da müssen wir doch was machen müssen zack 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 wir haben hierüber geschickt hier ein bisschen alles sortieren kommt hier hin ist okay und dann noch einmal bogenschützen meinetwegen total dort 4 sekunden der schnellste kampf im letzten mal gesagt 5 sekunden war ich war gestern gewesen oder Passion das letzte mal was ich gespielt hatte weiß ich wie viele folgen doch schon her bei mir ich will ja da sind es nach 4 sekunden gewesen schon wieder Than Stars trank kann man auch mitnehmen so ich glaube nächste stadt schon wieder geklärt werden nein doch hier noch so was wir sagen nein wird eine bogenschützen noch schlimmer dann brauche ich ein paar schwertkämpfer bogenschützen genau so ist richtig wofür kann meinetwegen bleiben ja das sieht okay aus so sieht okay aus also wirklich viel machen können die nicht mehr die wende easy vernichtet doch ein bisschen was verloren ein bisschen was verloren sonst wieder was angekommen bei mir zu hause heilung abgeschlossen die nächste einpacken 20 davon nur noch drei bogenschützen hat er wieder ein bisschen was zu heilen das krankenhaus damit habe ich jetzt die nächste stadt wieder mal erledigt ich nehme den jetzt mit pentoft nehmen wir die mit so viele städte gibt es hier zu abkommen ich weiß nicht wo ich anfangen soll hier könnte man durchaus wieder grimm mitnehmen mal gucken ob es reicht gehen die ganzen berserker die verlieren relativ schnell moral ist es gut sieht schön aus schön kampf gehabt keine einheit verloren sehr gut und er hat ein level ab der grimm ziel level 14 kristallmine kann man nach hause schicken hexer kann man das gleiche den gleichen trupp wie gerade eben nehmen mal weg schicken die hexer macht so viel schaden rufi ist ein bisschen empfindet gegen magie aber das ist jetzt auch egal wäre es hat sowieso keine energie mehr kristallmine kann ich auch wieder alles erkunden meine güte ich weiß nicht wo ich anfangen soll kunden hier sind so viele städte dazu gekommen ich kann mich nicht entscheiden nicht pekinieren das doch grimm ist wie geschaffen dafür wenn man auch mit meinetwegen der steht so nur gerade recht ungünstig das war überhaupt nicht knapp da muss aber auch noch knapp verstecken wir uns mal kurz in der rauchwolke viele starke gegner muss man zugeben und ich bin nicht beginn ja einmal mit links an mein gasol oh man oh man das hat mich viele truppen gekostet und was auch meine helden die rutsch könnt ihr mich herausfordern denke ich 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 auch nicht so geeignet gut viel schaden kassieren wir nicht ich 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 viel ich auch ich ich auch ich ich kann ich eigentlich jemand haben wir genug kriege das wenn ja mal welche verletzt werden sollten aber trotzdem nach nach springen wurde sicherlich auch 23 killen mit dem der mit stehen ja austeilt flächenschaden das macht schon echt am meisten spaß zu sehen wir gehen da so viel leben verlieren das war ein easy kampf wieder einen energietrank noch mal das gleiche wahrscheinlich denkt er sich genau das gleiche hüte könnte mich angreifen und ich hoffe ich mich an der damage ist so krass wie viel erschädigt so kann so hat leider kein mal mehr das ist ja wirklich schade da haben wir gold gehabt und sind wir wieder hier so wir sind erst mal fertig gehen wir wieder zurück in die hauptstadt zurück nach hause taktik schule das nächste habe ich nicht schaffen können die der jade drache ein bisschen heftig mit 190.000 leben und heilung und level 7 einheiten das war schon sehr sehr stark da brauche ich wahrscheinlich noch eine weile bis ich da bin aber gut belagungswachen sollte ich vielleicht mitnehmen dann schwach sind die jetzt nicht gerade vielleicht sollte ich mal die werkstatt aufrüsten könnte ja theoretisch auch noch die werkstatt verbessern kostet 17.000 naja mal schauen auf jeden fall sind wir wieder zurück zu hause machen kurz eine kleine pause und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder von art of conquest ich danke fürs zuschauen bis dahin ciao leute schau leute Bis zum nächsten Mal.